Hallo, ist das Klinge an? Hallo? Ja, okay. Heute erzähle ich euch eine Weihnachtsgeschichte. Aber keineswegs eine von Kindern, die ihre Weihnachtszeit whatsappend vor ihrem Computer verbringen. Wie dieser kleine Junge hier. Nein, in dieser Geschichte dreht sich alles um den großen Alexi. Aber seht selbst. Fuck, Weihnachten ist jetzt schon? Eine Weihnachtsfeier? Ja, ich glaube ich mache eine. Die Weihnachtsfeier ist eine Weihnachtsfeier. Jo, Marco, hallo. Jo. Hast du Bock auf eine Weihnachtsfeier? Sorry, Mann, aber ich kann da echt nicht. Also ich habe da echt was Wichtigeres vor. Tut mir echt leid. Ja, okay, gut, dann halt nicht. Schade. Okay, sorry nochmal, gell? Ciao. Frohe Weihnachten, ciao. Das ist jetzt so kassierst du Bock auf die Departement des Fernsees gehen erst. Ach, dieser eingebildete Typ. Naja, egal. Irgendwann wird schon kommen. JINGLE BELLS, JINGLE BELLS ALL THE WAY JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh Servus. Servus. Du bist da? Na, ich wollte eigentlich nur die Kamera zurückbringen. Aber komm doch rein, wann Weihnachten ist ja, komm. Ich muss eigentlich... Machen Weihnachtsfeier gerade, ne? Komm rein da, zieh dich aus, komm, häng dich hier auf mal und komm dann rein. Nein, ich hab was tolles vorbereitet. Aber ich hab nicht so viel Zeit, ich muss nur wieder gehen. Naja, komm nur. Victor, komm doch her, setz dich hin. Meine Frau wartet. Mach's dir gemütlich, bitte, bitte, bitte. Komm. Wie geht's dir denn? Also jetzt erzähl mal ein bisschen. Meine Frau wartet. Ja, das ist doch egal. Die Blade kann warten. Die ist nicht Blade. Doch, die Blade. Schöner als deine alte, ja? Komm, jetzt bleib mal. Sitzen und ich hol uns einen leckeren Punsch. Aber nur auf einen, ja? Ja, okay. Bleib sitzen. Hier, ich hab uns einen leckeren Punsch mitgebracht. Hier, trink einmal. Ja, trinken, trinken, trinken. Sehr gut, gell? Urlecker. Wie viel Alkohol hast du bitte reinges... Naja, du sollst ja nachher nichts mehr spüren. Wo uns, da hab ich jetzt ein bisschen viel geredet. Was soll ich nachher nicht mehr spüren? Nix, nix, nix. Wie ist denn Weihnachten so? Ja, stressig. Ja, ja. Ja, du komm mal. Komm mal kurz wieder. Du musst dir was zeigen. Ja, ja, komm. Komm mit. Ich zeig dir meine Weihnachtspuppen. Zeig. Komm mit. Oh mein Gott. Das gibt's ja nicht. Bleib doch da. Bleib! Ja! Was hast du getan? Ich muss weg hier. Ich mach mich mal, du Arscher. Du kommst jetzt mit. Du kommst jetzt mit. Jetzt trinken wir mal lecker Pfunsch. Ah, was ist falsch mit dir? Nein, hier. Trinken wir mal. Trinken. Ist Weihnachten nicht die schönste Zeit zur Versöhnung? Nein! Lass mich hier rum! Das ist mein leckeres Weihnachtszucker. Das ist immer sehr gesammelt aus meiner Adventskalender. Nein! 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 Oh! Er hat gedeutet. Vielleicht kommt er auch in Gast. Hey, guten Tag, Herr Philips. Grüß Sie, Herr Alexi. Der Mann ist wahnsinnig. Bleib stehen! So, nehmen wir uns erstmal einen Schluck, gell? Alexi, was ist eigentlich mit dem Mann vorher los gewesen? Ja, darüber rede ich nicht gerne. Heimplast! The Holidays of getting me. I've caught the blue. Yo Leute! Herzlich willkommen auf der Endcard von unserem neuen Weihnachtsvideo. Wir hoffen sehr es hat euch gefallen. Ja, also wenn es euch gefallen hat, könnt ihr doch gerne mal einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt uns auch abonnieren. Würden wir uns sehr freuen. Dann rechts kommt ihr zu unserem letzten Video. Lass uns das nicht machen, wenn es heiß. Wir drücken Rack und ihr drückt play. Und schöne Weihnachten und vielleicht sehen wir uns noch nochmal dieses Jahr. Just good, ciao! Ciao! Holiday Yeah!